20. November Jonas Danksagung Ich aber will die Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Jona 2, Vers 10 Erstaunlicherweise dankte Jona Gott, als er im Bauch des Fisches saß. Jona 2, Vers 2 Wie hättest du an Jonas Stelle reagiert? Vielleicht hättest du geschrien. Was machst du da, Gott? Wo bist du? Warum geschieht das? Aber Jona reagierte ganz anders. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Schoel schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Jona 2, Vers 3 In den darauffolgenden Versen wird dann sein Dilemma beschrieben und wie er in den Tiefen des Meeres verschwindet. Nichtsdestotrotz betet Jona inmitten dieses traumatischen Erlebnisses. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Jona 2, Vers 7-8 Obwohl Jona auch Schwächen aufwies, beweist sein Gebet doch geistliche Standhaftigkeit. Er glaubte Gott und wusste, dass er ihn befreien konnte, wenn er wollte. Auch du kannst Gottes Frieden erleben, wenn du dich in allen Umständen mit dankbarem Gebet an ihn wendest. Jona 2, Vers 7